Wir machen unlustigen Content, wir machen unlustige Videos, um euch zum Lachen zu bringen, wir sind unprofession- Warte, warte, warte. So, wir essen jetzt hier nochmal ein lecker Fleisch-Gegel. Viel Spaß mit unseren Videos. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Videos gefallen haben. Wenn euch die Videos nicht gefallen haben, dann gebt einen Daumen nach oben da. Nein, bis dann. Tschüss.